Airbrush Step-by-Step Ausgabe 0414. Diesmal mit einer Überraschung, denn ab sofort gibt es das Heft sechsmal im Jahr. Schwarze Hautfarben auf Airbrush-Karton. Peter Schorp zeigt euch den Farbauaufbau in seinem Portrait-Step. Im zweiten Teil von Simon Murrays Sugar Skull Beetle werden effektvolle Portraits zum Leben erweckt. Wer kennt sie nicht? Die Flammenmotive von Mike Levelli. In diesem ausführlichen Interview stand er uns Rede und Antwort. Der Meister der Strukturen hat wieder zugeschlagen. Gerald Mendes zeigt euch eine aufwendige Fantasy-Illustration auf einer geschliffenen Metallplatte. Was man noch alles mit dem Airbrush-Gerät machen kann, könnt ihr jetzt in der Reportage Pimp My Airbrush lesen. Möchtet ihr wissen, wie das Titelmotiv entstanden ist? US-Künstler Ellen Pastrana führt euch Step-by-Step zum Feuertiger. In der neuen Texture-Effekt-Serie demonstriert Roger Hussler die Entstehung einer Steinstruktur. Vom Entwurf zum fertigen Harley-Davidson Custom-Painting. Ron Leite zeigt in seinem Step-by-Step der Schrei des Adlers, wie es geht. In Candyman's Custom-Painting-Basics-Serie geht heute alles um die Geheimnisse der Effektfarben. ASBS-Ausgabe 0414 jetzt sofort im Handel erhältlich oder bestellen unter www.newart-shop.de.